Dynamo TV wird präsentiert von Verticales und Hamburger Personenauffangnetze. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Montagabend beim TSV 1860 München. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich heute zunächst unseren Linksverteidiger Leroy Quadwo und wie immer ganz herzlich unseren Cheftrainer Markus Korzynski. Markus, die erste Frage geht an dich. Wie sieht es aus? Die Belastung war hoch im letzten Spiel, gab viele Zweikämpfe. Fallen weitere Spieler aller Voraussicht nach am Montag gegen 60 aus oder bleibt es dabei? Ja, einer ist dazugekommen und zwar Niklas Kreuzer hat Probleme, muskuläre Probleme, war nur ein Kurzeinsatz und trotzdem steht er nicht zur Verfügung. So wie ich es ja schon beschrieben habe, dass das in so einem Aufbau sein kann, dass es da Probleme gibt. Es ist jetzt nichts kaputt gegangen. Es ist jetzt einfach so, dass wir ihn rausnehmen müssen, weil die Belastung einfach an bestimmten Stellen in der Muskulatur einfach zu groß ist und die Gefahr einer Verletzung zu groß ist. Er steht nicht zur Verfügung. Ansonsten nach wie vor mit Patrick Weihrauch, Robin Becker, Langzeit verletzt und auch bei Marco Hartmann ist es so, dass da Probleme aufgetreten sind, dass es immer noch nicht so ist, wie wir uns das alle erhofft haben und wir werden das noch weiter beobachten. Aber es sieht auch nicht so aus, als würde er jetzt kurzfristig einsteigen können. Wir befinden uns mittendrin in den Wochen der Wahrheiten. Deine Mannschaft trifft am Montag gegen 60 auf ein ambitioniertes Drittliga-Team. Was erwartet dich und deine Spieler? Erstmal freuen wir uns Montagabend in München. Zwei Kultclubs. Ich glaube, es wird Free-TV, es wird offen für alle gezeigt. Das wäre natürlich ein tolles Erlebnis sein. Dann wieder ein Spitzenspiel vor der Brust. München als Vierter, wir als Erster erinnern uns auch ans Hinspiel. Ein ganz enges Spiel, eine ganz enge Kiste, ganz umkämpft. Und wer die Münchner Löwen kennt, der weiß gerade zu Hause, dass das ein ganz heißer Kampf, ein ganz heißer Fight wird. Und wir freuen uns einfach drauf. Wir haben gezeigt, dass wir diese Spiele annehmen, dass wir voll da sind und dass wir nicht immer jede Situation zu jedem Zeitpunkt beherrschen, aber dass wir darum kämpfen, dass wir heiß sind und dass wir uns freuen, diese Aufgabe wieder annehmen zu können und schmeißen uns voll rein. Markus, danke schön. Inwiefern man das hier über die Mikrofone hört, weiß ich nicht, aber im Nachbargrundstück wird gerade die Straße planiert. Hier wackelt alles, das ganze Gebäude. Also falls man das hört, im Nachbargrundstück fährt gerade die Walze. Mir geht es gut, das ist die Walze. Leroy, kommen wir zu dir. Du bist im Winter dazugekommen. Gewehr uns einen kleinen Einblick. Wie bist du in Dresden angekommen und in der Mannschaft von Dynamo Dresden? Wie fühlt es sich an, Teil dieser Dynamo-Familie zu sein? Ja, ich muss sagen, es fühlt sich gut an. Es war turbulent, muss ich sagen. Ich bin, glaube ich, gekommen, wo es einen Corona-Fall gab und es war nicht direkt Training und es war ein bisschen schwierig. Aber ich muss sagen, ich bin gut aufgenommen worden von allen und schnell integriert worden durch die Spiele halt auch und versuche halt einfach, meinen Teil beizutragen. Und ich glaube, das ist mir bis jetzt ganz gut geglückt und ich hoffe, es geht so weiter. Wenn man dich so beobachtet, egal wann und wo du von Markus reingeschmissen wirst, du bist immer da. Das hast du jetzt wieder im letzten Spiel mit deinem Sprint da Richtung Eckfahne gezeigt, mit vollem Einsatz und voller Leidenschaft. Wie nimmst du deine Rolle selbst wahr? Vielleicht gewährst du nachher noch einen Einblick, so im Hinblick auf das Spiel am Montag. Wie bereitest du dich darauf vor? Ja, ich bereite mich einfach ganz normales Spiel vor, in der Hoffnung, dass ich halt spiele. Ich versuche halt immer, alles zu geben. Ich versuche, der Mannschaft immer zu helfen, egal was für Situation es ist. Ich glaube, das zeichnet mich einfach raus, dass ich versuche, der Mannschaft zu helfen. Und ja, ich glaube, das ist so das, was ich auf jeden Fall von mir immer einfordern kann. Und ja, alles andere wird man halt dann sehen. Leroy, danke auch dir für deinen Einstieg in die Pressekonferenz. Du bist auf jeden Fall eine Bereicherung in jedweder Beziehung für unseren Verein und unsere Mannschaft, denke ich. Kommen wir zu den Fragen von den Kolleginnen und Kollegen, die Sie vorab eingereicht haben oder jetzt während der Pressekonferenz wie immer einreichen. Jens Umbreit, Radio Dresden, mach den Anfang. Markus, die Frage geht an dich. Schauen Sie morgen mit doppeltem Interesse nach Rostock, weil Sie zum einen Hansa, der ja übernächste Gegner, dort ein Spiel absolviert. Und natürlich auch, weil es zum ersten Mal seit über fünf Monaten wieder Fans in einem deutschen Stadion sein werden. Dieses Experiment wird ja überall mit großem Interesse derzeit verfolgt. Ja, natürlich verfolge ich die Spiele und Rostock, klar, als übernächster Gegner, auch interessant. Wird dann eh nochmal analysiert. Also wahrscheinlich werde ich die Konferenz schauen, weil mich die anderen Dinge auch interessieren. Und wenn ich so bei einem Spiel bin, regt mich das zu sehr auf, weil man dann so völlig nur Zuschauer ist. Das ist nichts für mich. Wir werden das Spiel und die letzten Spiele werden wir eh analysieren. Das wird dann eh nochmal passieren. Wir haben eine lange Woche, von der werde ich es mir anschauen in der Konferenz. Und natürlich verfolgen wir auch das mit den Fans. Erstmal können wir uns, glaube ich, insgesamt freuen, dass es ein Versuch ist, zur Normalität zurückzukehren und vielleicht Mittel und Wege zu finden, wieder so einen Schritt zu gehen. Und deswegen habe ich da auch ein Auge darauf, wie das funktionieren wird. Danke, Markus. Nächste Frage geht auch an dich. Geht um deine Heimat. Und zwar kommt die Frage von dir ins Unbreit. Radio Dresden. Peter Knebel von Schalke 04 hat gestern gesagt, dass ein Großteil der Planungen bei seinem Verein für die nächste Saison für die zweite Bundesliga laufen. Wie ist das eigentlich bei Dynamo Dresden? Wie plant man da aktuell zweigleisig? Ja, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo man Dinge vorbereitet, aber noch nichts finalisiert, sondern wo man einfach auf dem Markt ist, wo man einfach, glaube ich, auch für beide Fälle so ein bisschen gerüstet ist, aber auch noch Dinge, glaube ich, noch offen lässt. Es ist eh ein ganz Jahresgeschäft mittlerweile und von daher, glaube ich, hat man noch alles im Blick. Markus, danke. Zu dir, Leroy. Wir bleiben bei den Fragen von Jens Unbreit, Radio Dresden. Apropos Planung, wie geht es mit dir im Sommer weiter? Gibt es da schon Ideen und Gespräche? Ist jemand von Dynamo Dresden vielleicht schon auf dich zugekommen, fragt der Kollege. Ja, ich glaube, meine Situation ist klar. Der Verein und ich wissen ja darüber Bescheid, wie es aussieht. Und von daher mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken darüber. Gab es schon Gespräche? Wird es Gespräche geben? Das wird man halt sehen. Also ich glaube, die Sachen sind klar. Und wie ich es halt gerade gesagt habe, ich mache mir halt wenig darüber Gedanken und versuche halt einfach erst mal, glaube ich, mit dem Verein und mit der Mannschaft das Ziel zu erreichen. Und ja, alles andere wird man dann sehen. Kommen wir zur Stadt. Der Kollege fragt, wie konntest du dich hier in Dresden einleben, mit der Stadt anfreunden? Ist das in diesen Zeiten der Pandemie überhaupt möglich? Oder hat dich ein Mitspieler, symbolisch zumindest, an die Hand genommen und dir ein paar Ecken gezeigt? Nee, aktuell ist es ja schwierig. Also ich bin auch eher so ein Mensch, der dann mal ein bisschen zurückkommt, wenn ich mal vom Trainingsgelände weg bin, weil ich schon länger hier bin. Ja, ich habe mal ein paar Ecken gesehen, ganz kurz. Aber so richtig von Dresden habe ich noch nichts gesehen. Und zwar zugetragen, dass Dresden einiges zu bieten hat, aber dem habe ich halt leider auch nicht gesehen. Haben sich Mama und Papa, deine Schwestern, schon mal angekündigt für einen Besuch? Oder ist das, weil keine Zuschauer im Stadion dabei sein können, im Moment noch nicht geplant? Geplant noch nicht, aber für den Sommer haben sie sich halt schon angekündigt. Und ich hoffe halt, dass ich halt im Sommer halt dann den auch Dresden in vollen Zügen zeigen kann. Dass sie mitfiebern, hat man ja schon bei deiner Verpflichtung gesehen, als deine große Schwester eine Flamme sozusagen bei Instagram losgeworden ist, um zu zeigen, dass sie sich über deinen Wechsel sehr freut. Danke, Lire. Markus, zurück zu dir. Adrian Lier, Liga 3 Online. Julius Kade und Paul Will sind mittlerweile seit Wochen im Mittelfeld gesetzt und rufen beständig ihre Leistung ab. Wie zufrieden sind Sie mit der Konstanz Ihrer sehr jungen Schaltzentrale im Mittelfeld? Ja, wir sind wirklich sehr jung. Wir haben ja insgesamt nicht nur die beiden, auch drumherum mit Juni Maier, Rensford auf den Seiten. Ehle ist blutjung, auch vorne Chris ist ja auch noch jung. Wir haben wirklich eine junge Truppe. Und dafür machen die das Jungs, das ist wirklich geil. Also das dann auch mal, wie gesagt, das ist natürlich da so nach den Spielen. Es denkt man immer, man muss so alles immer kontrollieren können. Und dann muss man aber auch mal wirklich analysieren, dass die Jungs, ja jetzt wirklich ihre erste richtige Saisonspiele noch Julius vor einem Jahr, glaube ich, auf der Bank gesessen hat. Und dafür machen die beiden, und nicht nur die beiden, sondern insgesamt das Team richtig gut und übernehmen richtig Verantwortung und spielen richtig gut. Da sind wir schon froh, dass sich das Ganze auch mit diesen jungen Spielern so gut entwickelt hat. Bleiben bei dir, Markus. Kommen zu den Fragen von Thomas Nahendorf, Dresdner Morgenpost. Es heißt das dritte Mal Grünwalder Stadion in dieser Saison, das dritte Mal unter Flutlicht. Mit welchen Gefühlen reisen Sie nach München am Montag oder Sonntagnachmittag, besser gesagt? Naja, wir wissen schon, dass wir bisher da nicht erfolgreich waren dieses Jahr. Ich selber habe an München nur gute Erinnerungen, habe da, glaube ich, mehr gewonnen als verloren. Und deswegen, wir freuen uns drauf. Wir geben auch auf so Sachen nichts, sondern wir gehen frisch in das Spiel. Es ist wirklich was Besonderes, auch nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal, Montagabend alleine zu spielen, wo wirklich dann auch jeder die Gelegenheit hat, das zu sehen. Das ist für uns besonders, dann wirklich auch zwei Klubs, die eine Bedeutung haben. Ich glaube, dass man sich drauf rollen kann, alle. Und das tun wir auch. Für die Löwen dürfte es die letzte, die allerletzte Chance sein, um in den Kampf um den Aufstieg nochmal einzugreifen. Ist der Druck für 1860 München ein Vorteil für Sie und Ihr Team, fragt Thomas Narendorf von der Tristan-Borgenpost. Ich weiß nicht, was 60 denkt oder mit welcher Idee die da reingehen oder was die an Druck verspüren. Oder ob es wirklich die letzte Chance ist oder nicht. Keine Ahnung, das weiß ich alles nicht. Das ist eigentlich auch für uns völlig egal, weil wir es ähnlich in der Hand haben. Wir haben nur unser Ding in der Hand und wir erwarten stürmische Sechziger, die sowieso spielerisch gut sind. Dafür muss man sich nur das Torverhältnis angucken. Das ist fast ein Torverhältnis wie unseres. Das ist ganz, ganz nah beisammen, was die geschossenen Tore angeht. Da haben wir, glaube ich, ein oder zwei Tore mehr geschossen. Wir haben auch wirklich nur ganz eine Handvoll weniger Tore kassiert. Man sieht schon an den Zahlen, dass die beiden Mannschaften ganz eng zusammen sind. Dass es wieder ein Spiel ist, wo es auf die Kleinigkeiten ankommt, auf diese Momente in diesen entscheidenden Situationen. Und die hoffen wir auf unsere Seite zu bringen. Und ansonsten wissen wir, dass es so, wie es jetzt auch gegen Wiesbaden war, ganz enge, umkämpfte Spiele sind. Und genau das macht ja Bock. Genau das ist ja das, was auch dann diese besonderen Spiele ausmacht, dass man nicht weiß, was passiert. Blicken wir mal über den Montag hinaus für einen Moment. Planen Sie in der Länderspielpause ein Testspiel, fragt Thomas Nahendorf von der Dresdermorgenpost. Ja, unser Plan ist, an dem Donnerstag, dann am Montag und diesem Donnerstag, dann vor dem Wochenende ein Spiel zu machen. Das sieht auch ganz gut aus. Das werden wir dann, wenn es soweit ist, auch kommunizieren. Heidenheims Trainer Frank Schmidt befürchtet bei weiter steigenden Inzidenzwerten eine erneute Unterbrechung beziehungsweise sogar ein Saisonabbruch. Wie sehen Ihre Gedanken diesbezüglich aus? Ja, das letzte Jahr hat uns eins gelehrt, nämlich, dass man nichts weiß, dass alles passieren kann, dass man nie sicher ist und das in jede Richtung. Von daher habe ich natürlich die Hoffnung, dass alles gut wird und wir das irgendwie vernünftig zu Ende bringen können und vielleicht auch mit dieser App und mit verschiedenen Änderungen vielleicht sogar irgendwo eine positive Richtung finden können. Die Frage kam von Thomas Nahendorf, Dresdermorgenpost. Die nächste kommt von Sandra Mahn, NDR Sportzone. Was du von der Entscheidung hältst, Publikum wieder zuzulassen, hast du eingangs schon gesagt. Die nächste Frage wäre aber schön, wenn du die beantwortest. Inwieweit entsteht durch den Publikumseinlass eventuell eine Wettbewerbsverzerrung innerhalb der dritten Liga? Ich glaube, damit brauchen wir jetzt nicht anfangen. Jetzt uns noch beleidigt fühlen, weil da vielleicht ein Land schneller war oder das anders vorbereitet hat oder einfach das macht. Da weiß ich auch nicht, was richtig oder falsch ist. Ich finde nur, wenn es irgendeinen Silberstreif am Horizont gibt, wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dass wenn es nur ein Teil der Leute wieder zum Fußball kommen darf und wenn das die Tür öffnet für andere, dann bitte, dann bin ich froh, wenn es so ist und wenn das der erste Schritt ist, dann ist es egal, wo er gemacht wird. Vielleicht erübrigt sich die Frage auch, aber ich stelle sie dir trotzdem, kommt wiederum von Sandra Mahn vom Norddeutschen Rundfunk. Könnte die Rostocker Entscheidung auch im positiven Fall Signalwirkung für die anderen Vereine in der Liga oder vielleicht sogar in Deutschland haben? Ja, das hoffe ich. Das ist ja genau auch der Sinn, dass man jetzt schaut, sind die Dinge umsetzbar, macht das tatsächlich Sinn? Und am Ende ist es wichtig, dass diese Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen wird. Und wenn das so ist, dann fände ich das nicht nur für den Fußball, sondern für die Gesellschaft, auch für alle anderen Bereiche, wo Zuschauer sind, kann das ein guter Schritt sein. Und deswegen muss man so einen Schritt gehen, weil es scheint ja so, jetzt kommt die dritte Welle, neue Mutationen, das scheint ja uns noch viel, viel länger zu begleiten, als wir alle befürchtet haben. Und deswegen ist es wichtig, Lösungen zu finden, Lösungen zu suchen und auch Dinge auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, ein richtig guter erster Schritt. Danke dir, Markus. Willkommen zurück zu dir, Leroy. Patrick Franz, Bild Dresden, stellt die Fragen im Namen der Redaktion. Letztes Jahr bist du mit Würzburg in allerletzte Sekunde aufgestiegen. Würdest du noch einmal so einen Thriller nehmen oder sagst du dir gerade nach der verrückten Erfahrung, das hältst du nicht noch einmal aus, lasst es uns lieber bilderbuchmäßig etwas früher klar machen, also den Aufstieg? Ja, es ist schwierig zu sagen. Am Ende des Tages wird man einfach aufsteigen, glaube ich. Letztes Jahr war es halt so, dass es am Ende halt passiert ist. Solche Geschichten bleiben natürlich im Kopf, aber ich hätte natürlich nichts dagegen, dass man natürlich das Wissen eher klar machen könnte. Aber ich sage halt einfach, das kann man halt nicht planen und wir nehmen es dann einfach so, wie es kommt und versuchen halt jeden Tag dafür halt gut zu arbeiten. Jetzt wollen wir ein bisschen was über dein Nervenkostüm erfahren mit der nächsten Frage, die von Patrick Franz, Bild Dresden, kommt. Gegen Wiesbaden hast du am Ende bei wichtigen Zweikämpfen ganz clever agiert. Hat man nach so einem Saisonfinale letztes Jahr mehr Nerven und ist etwas abgezockter, weil man entsprechend Erfahrungen sammeln konnte? Ja, natürlich konnte man Erfahrungen sammeln letztes Jahr. Das war letztes Jahr meine erste Drittligasaison und ich glaube, die hat mich schon geprägt. Und jetzt ist es halt so, dass ich gewisse Abläufe einfach kenne und mir einfach nicht wirklich darum Gedanken mache, was ich jetzt machen soll, sondern einfach dann drauf losgehe und einfach versuche, das Beste daraus zu machen. Wenn du den Aufstiegskader von Würzburg letztes Jahr mit Dynamos jetzigen vergleichst, seid ihr da jetzt noch besser aufgestellt und ist es noch schwerer, in der Startelf zu stehen, fragt Patrick Franz, Bild Dresden, Lira. Ich muss sagen, wir haben eine gute Breite einfach. Ich glaube, jeder ist ersetzbar und das macht es einfach umso schöner, aber auch weil der Konkurrenzkampf einfach groß ist. Und ja, also ich glaube, wenn man unser Training sehen würde, dann merkt man, dass jeder einfach Gas gibt, jeder einfach dabei sein möchte. Und ich glaube, dass es halt einfach auch wichtig ist, gerade bei einer Mannschaft, die Erfolg haben will, dass ein großer Konkurrenzkampf da ist, damit man einfach gute oder bestmögliche Leistungen bringt. Danke dir, Leroy. Zurück zu dir, Markus. Wie sehen Sie die Leistung von Leroy bisher? Und wäre es möglich, dass er auch bei wenig Einsatzzeiten trotzdem eine Vertragsverlängerung bekommt aus Ihrer Sicht? Fragt Patrick Franz von Bild Dresden. Ja, Leroy ist ja ins kalte Wasser geworfen worden. Es war eine kurzfristige Verpflichtung. Natürlich hat man ein Bild von dem Spieler, aber richtig kennenlernen tut man sich dann erst. Und wir sind glücklich mit ihm, wie er hierher gekommen ist, wie er sofort seinen Mann gestanden hat, wie er Leistung gebracht hat. Seine ganze Art und Weise, mit den Dingen umzugehen, ist ein richtig prima Kerl, der sich hier super eingefunden hat. Macht total Spaß, ihn in der Mannschaft zu haben, ihn auf dem Platz zu haben. Er hat dann seine Leistung gebracht. Und dann muss man als Trainer natürlich dann auch Entscheidungen treffen. Das waren Jungs, die dann vorher auch gute Leistungen gebracht haben. In den ganzen Spielen vorher. Und dann ist es dann einfach schwer gewesen, weil einfach, so wie er es ja auch gesagt hat, wir einen engen Konkurrenzkampf haben, Qualität dann wirklich ganz eng beieinander ist. Und man hat aber auch jetzt gesehen, egal wann man ihn bringt, wie man ihn bringt, von Beginn an oder dann ihn reinwirft, er ist immer da, auch im Training, auch mit seiner Art verbissen und gleichzeitig locker. Und er bringt immer eine große Freude mit. Diese Mischung von beiden, die tut uns unheimlich gut. Und deswegen freue ich mich, dass wir so eine Entscheidung getroffen haben. Und jetzt schauen wir einfach. So wie ich mich jetzt auch mal gegen ihn entschieden habe, so wird es auch wieder kommen, dass ich mich für ihn entscheide, weil es einfach ein ganz enges Ding bei uns ist. Dreimal in einer Saison geht es ins selbe Stadion. Finden Sie es eigentlich richtig, dass der DFB drei Vereine in einer Heimspielstätte zulässt, zumal das ja in dieser Jahreszeit den Platz weiter schädigt, fragt Patrick Franz, Bill Dresden. Markus. Vielleicht rede ich am Montag anders. Bisher war der Münchner Platz noch besser als andere. Trotz der vielen Spiele, wenn ich mich an das Letzte erinnere, der war top gepflegt. Und letzten Endes müssen wir das so akzeptieren und müssen das so hinnehmen. Das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, spielt für uns keine Rolle. Ist ja ein geiles Stadion, ein geiles altes Stadion, wo man gerne spielt. Von daher finde ich da nichts Problematisches dran. Markus, kurze Pause. Leroy, der nächste Frage geht an dich. Kommt von Daniel Klein, Sächsische Zeitung. Du hast fünf Spiele in der Stadtelf gestanden und für deine Leistung gute Kritiken erhalten. Trotzdem musstest du jetzt viermal in Folge auf die Bank. Wie hat dir der Trainer die Reservistenrolle begründet? Ja, also wir hatten jetzt ein, zwei Gespräche und haben halt darüber gesprochen, wie es Herr Geyer gerade gesagt hat, dass es einfach enge Dinge sind und dass er sich jetzt für die anderen entschieden hat. Und am Ende des Tages muss man halt damit zufrieden sein. Und ich glaube einfach, dass ich auch so ein Mensch bin, der das versteht oder der die Entscheidung von einem Trainer gerne hinterfragt und versteht. Und es ist schon dann verständlich, dass der Trainer halt einfach gerade auf die setzt, die halt schon ein bisschen länger da waren. Und für mich gilt es dann einfach, dass ich auf den Moment warte und wenn ich halt dann gebraucht werde, dann einfach wieder da bin. Leroy, dankeschön. Zurück zu dir, Markus. Bleiben bei den Fragen von Daniel Klein, Sächsische Zeitung. Ihre Mannschaft spielt am Montag zum dritten Mal in dieser Saison im Stadion an der Grünwalder Straße und wieder geht es um 19 Uhr los. Die bisherige Ausbeute, null Punkte und 0 zu 4 Tore. Auch wenn Sie nicht zum Aberglauben neigen und mit solchen Statistiken wenig bis nichts anfangen können, wird sich am Ablauf vor dem Spiel irgendetwas ändern? Nein, nicht wirklich. Das macht ja alles Sinn. Alles, was wir tun, macht Sinn. Wir essen, wenn wir essen, wir schlafen, wenn wir schlafen. Ich sehe da wenig Potenzial für Veränderung. Die Tabelle ist zumindest in der oberen Region jetzt bereinigt. Alle Mannschaften haben 28 Spiele absolviert. Dynamos Vorsprung auf Platz 4 beträgt bei noch 10 ausstehenden Spielen nun 13 Punkte. Wie oft ertappen Sie sich dabei, schon über diese Saison hinaus zu denken und zu planen? Oder müssen Sie das mit Blick auf die Zusammenstellung des Kaders sogar, fragt Daniel Klein von der Sächsischen Zeitung. Nee, überhaupt nicht. Also das tue ich tatsächlich nicht. Das ist noch nicht mal irgendeine Floskel, sondern das habe ich gelernt, dass das nichts bringt. Es bringt nichts, mit dem Kopf in der Zukunft zu hängen oder in den Wolken zu hängen, sondern die nächste Aufgabe ist immer am spannendsten. Die ist das, was entscheidet, die auch den Weg am Ende entscheidet. Jeder einzelne Schritt ist wichtig und nicht vielleicht das Ende, sondern das mittendrin. Wir freuen uns so auf das Spiel. Ich habe so Bock auf dieses Spiel, dass das überhaupt nichts anderes mögelt. Und auch Danari, da sind immer noch 30 Punkte zu vergeben. Das ist immer noch eine ungeheure Zahl an Punkten. Es ist immer noch eine Möglichkeit, für viele Mannschaften da noch mal ranzukommen. Das haben wir im letzten Jahr gesehen, mit einer Serie noch mal vielleicht irgendwas aufzuholen. Man muss immer auf der Hut sein, man muss sich immer wieder neu beweisen. Das geht von uns immer wieder von vorne los, wie das Spiel. Wie in Wiesbaden können wir uns schon nichts mehr kaufen, sondern es geht jetzt schon wieder los, Spannung aufzubauen, sich Gedanken zu machen, wie wir da rangehen, was das bedeutet, auch für unsere Fans bedeutet, für uns alle bedeutet, wie wir rangehen. Das ist so spannend. Und das macht einfach auch keinen Sinn, sich jetzt schon über die Zukunft Gedanken zu machen. So, wir befinden uns schon auf der Ziegerade, der heutigen Pressekonferenz. Auch im Hinspiel waren mal wieder alle Augen auf dich und deine Mannschaft gerichtet. Dazu passt die nächste Frage von Ronny Maywald, MDR Sachsen, das Sachsenradio. Mitte November trete die Mannschaft damals mit Rückkehrer Marco Hartmann gegen die Münchner Löwen nach Rückstand das Spiel noch und gewann 2 zu 1. Rückblickend, wie ordnen Sie dieses Spiel ein, diesen Sieg im Hinspiel, jetzt vier Monate später, wenn man den Saisonverlauf von Dynamo seit jenem Tag im November betrachtet. Hat jetzt nicht jedes Wort dahin gepasst, wo es hin sollte, aber das lag an meinem Vorlesen. Danke, Markus. Ja, wir sind ja sehr menschlich hier. Das haben wir ja festgestellt. Ja, ich habe das Spiel noch in Erinnerung, in guter Erinnerung. Wir sind nicht mehr die Mannschaft, die wir waren, sondern es ist eine Entwicklung stattgefunden und wir mussten ja zum Start, auch bis 60, immer wieder Dinge verändern. Wir waren immer auf dem Weg, das zu finden, wo man das Gefühl hat, dass es nicht nur gut ist, sondern dass es richtig gut werden kann. Und das war dann auch so ein Startpunkt, glaube ich, noch mal, wo man was Neues angefangen hat und wo man dann gemerkt hat, mit dem, was da beginnt, kann man auch richtig erfolgreich sein, das weiter durchzuziehen. Und ich erinnere mich noch gerne daran, auch an das Tor, 1 zu 0 zurückgelegen, dann Stark, hier haben wir noch vor kurzem, unser Anges ist noch frisch, haben wir uns jetzt in der Vorbereitung auf ein Spiel auch noch mal vor Wiesbaden noch mal so positive Szenen angeguckt, einfach noch mal auch noch mal für das Gefühl für uns, da habe ich das Tor von Stark noch mal gesehen, wie er so nach innen zieht, dann zwei Leuten vorbeigeht, dann abzieht. Das ist einfach, Fußball ist einfach geil, das macht einfach Spaß und wir freuen uns, wir freuen uns auf diese Herausforderung, wir freuen uns auf das Spiel, der Rest interessiert mich. Eine Frage ist noch hinzugekommen, von Patrick Franz, Bild Dresden, auch bei der Menscheltes, und das im Zusammenhang mit sozialen Medien, das ist leider nicht so oft der Fall. Leroy, du hast mit deinen wenigen Einsätzen und deinem offensiven Verteidigen sofort viele Fans in den sozialen Netzwerken mitgerissen, was bedeutet dir das, die Unterstützung zumindest virtuell zu erfahren? Ja, ich habe ein, zwei oder ein paar mehr Nachrichten mal schon bekommen und klar bedeutet mir das viel. Ich stehe halt einfach auch dafür, dass wenn ich sage, dass ich alles gebe, dass ich das auch auf dem Platz übertragen möchte und ja, also das fordere ich von mir ein und wenn die Fans natürlich auch von mir einfordern, versuche ich es halt dann so gut wie es geht zu machen und ja, bedeutet mir schon viel. Danke Leroy, danke Markus, vielen Dank an die Kollegen und Kollegen daheim für die mitgebrachten Fragen, von mir noch ganz kurz die Informationen. Anschluss am Montag, 22. März 2021 um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße. Markus hat es schon mehrfach betont, Magenta Schwurt, der Drittliga-Sender, überträgt das Spiel frei empfangbar für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die Interesse an der Partie haben. Auf unserer Website wird es dazu in Kürze alle Informationen geben zum Übertragungshinweis, wenn es da noch Fragen gibt. Ansonsten bis Montag, schönes Wochenende. Tschüss.